Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu Dead by Daylight. Ja, ihr wisst, wir haben schon... Oh, 3-Gen-Taktik? Wir haben schon so einige Object of Obsession, würde ich sagen. So einige erste Runden Killer gespielt. Aber ich war noch nie so nervös wie vor dieser ersten Runde. Achso, ich muss nachladen. Oh mein Gott! Wir spielen Caleb. Ich bin so nervös! Ich glaube, ich kann den nicht. What? Welche Tasten muss ich drücken? Warum liegt sie nicht am Boden? Ich muss nachladen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin überfordert! Hilfe, Hilfe! Kann mir jemand helfen? Okay, er hat die Taschenlampe. Das dürfte niemand blenden. Oha, ich weiß gar nicht, was ich hier für Tasten drücken muss. Wirklich, ich hatte noch nie so viel Respekt vor meiner ersten Killer-Runde wie mit ihm. Oha! Und ich muss doch sagen, ich... Ich habe den Killer noch nicht so richtig verstanden. So. Weil man... Muss ja... Also die Kette darf nicht reißen. Aber wenn ich den Survivor schlage, geht die auch kaputt. Also kriegt die auch nur eine tiefe Wunde. Und wenn ihr... Meine Streams schaut... Ähm... Dann wisst ihr auch, wie ich PUBG spiele. Und was ich für einen Aim habe. Ha! Nehme ich gar keins. So, und ich glaube... Hier wäre ganz gut, wenn man ein bisschen zielen kann. Und schießen. Warum? Spielen die Leute mit Object? Gut, sie kann mich halt hier jetzt ewig lupen. Ich muss an den Generator. Ich weiß nicht, ob da gerade jemand dran arbeitet. Eigentlich würde ich hier gern Pop draufhauen. Aber dafür müsste ich wen an den Haken bekommen. Ja. Wie ungünstig! Und was mache ich? Ich bin so ein Noob! Entschuldigung, dass ich so ins Mikro gebrüllt habe. Entschuldigung. Entschuldigung. Die passt nicht mal auf. Die neue ist hier dran. Sie hat ein Steinchen geworfen. Ich glaube, so weit ist mein Schuss nicht. Hier hat meine Kette nicht. Ich glaube, sie ist so ein Chump. Caleb, du musst mehr schießen. Hm. So, ich weiß, ich muss mehr schießen. Caleb muss schießen, aber ich übe. Okay. Ich bin gerade richtig angespannt. Ich sitze hier mega verkrampft. So. Wollt ihr mich verarschen? Ich warte mal vielleicht nicht mehr so. Nein, nein. Ich verendet mich, das ist besser. Zehn dir nichts mehr so. Das war's. Ihre Hörpers ist kein Witz. Die ist eine Palette, oder? Nee. So, Lori geht die andere aufheben. Ich schenke jetzt die einfach noch mal auf, tut mir leid, aber ich brauche Punkte. So, Lori... So. Geschossen hat's, ne? Was denkt die Lori denn? Dass nur sie mich sieht, oder? Ich nutze meine Potten überhaupt nicht. Da hinten ist die andere Verletzte. Will, bist du mit hier? Wo ist Bill hin? Will ich nicht, Lori. Was? Der ging vorbei? Huch, hier sind jetzt die Messer vom 9. Hinten? Wie das? Ich muss hier übrigens mal die, äh... die Palette wegnehmen. Okay, sie hat keinen Bock mehr, kann das sein? Nee, sie hat nen Strike. Sie hat nen Strike. Wollen wir uns den nehmen? Also... Wollen wir den fressen? Können wir hier nen Jen poppen? Nee, schade. Hier soll er Lori aufheben, macht er aber gar nicht. Okay, sie ist tot, oder? Bill darf mich nur nicht blenden. Er hat nämlich ne Taschenlampe. Und sie darf die Palette nicht droppen. Lori liegt noch. Ich geh... Sie ist nicht tot. Ich geh von aus, dass der Strike nicht mehr... Strike müsste abgelaufen sein, oder? So. Ach... Der Bill... Bill ist der Retter hier. Weißt du, hingst grad... wie? Was ist der Bill hier? Irgendjemand muss ja an dem Generator gewesen sein. Hat sie doch einen Strike? Ach komm. Dann soll sie uns ihm drücken. Kein Strike. Die mit dem goldenen Rock. Ich weiß nicht, wo die ist. Rubel. Rubel. Wow. Okay, Bill ist halt auch tot. Das heißt, die andere wird rausgehen. Oder? Ist Bill tot? Ah, die andere ist rausgegangen. Wow! Wir haben drei Leute umgebracht! Voll gut. Ich hätte mir gar nicht so viel Sorgen machen müssen. Meine Stimme versagt schon. Hilfe! Cool! Und wir haben die Aufgabe fertig. Hey, erste Runde! Ich bin zufrieden. Ich habe mir voll den Kopf gemacht. Ich hatte so Angst, dass ich das nicht hinbekomme, aber irgendwie... Ich meine, ich habe zwar zwischendurch so ein bisschen getunnelt, aber manchmal habe ich sie dann auch liegen lassen. Aber manchmal auch nicht, aber... Ja. Erste Runde Caleb! Jetzt fehlt nur noch ein Killer, den ich aktuell besitze. Also die Fäule und den Trickster besitze ich noch nicht. Deswegen können wir den sowieso noch nicht spielen. Aber es gibt nur noch eine Killerin, die ich noch nicht gespielt habe auf YouTube und das ist die Huntress. Und die gibt es bestenfalls nächste Woche. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich. Bis dahin bleibt gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020